so willkommen zurück zum mittelgeer solid 2 so flippe die über den sau viel kanten müssen weil die bomben sind echt verdammt schwer zu finden und so bei reden mit mir ganz mal weiter also der tiefe mission ich muss leider sehr viel karten bei dieser mission ist kompletten fünf level 1 war sie da die restliche muss ich noch mal nachschauen weil man darf die bomben nicht betreten wenn die in der nähe sind sonst haben wir ein problem tatsächlich und da ist es schon zu spät da ist schon zu spät es wird so häufig passiert ein falscher ding und das war's ein falscher schild und das war's und das ist ein kristig scheiß drücke man möchte ohne schleiche kommt aber nie mal wo der andere dann aufwacht bis er alle dann aufwacht und bis wir die kaputt gehabt haben war's das muss er halt jetzt sein wahrscheinlich alles was ich sage ich sie vielleicht der nächste bitte nein danke so um 1 ich weiß jetzt geht schneller viel schneller aber ganz ehrlich und da ist dann Nummer zwei ganz hinten in der ecke ganz hinten in der ecke da ist jetzt sofort wieder in den nächsten cut so jetzt kommt level 2 das soll jetzt auch recht schnell gehen eigentlich aus die fast aussieht sich viel auch normalerweise nicht da ist immer eins versteckt man kann einfach leicht zu unterspringen kein problem den muss man nämlich tüten glaube ich weil der macht jetzt probleme genau ganz schnell rüber und zwar hier unten ist er versteckt ganz hier auf der seite nach wie bin ich euch eigentlich schon fast zu nicht oder natürlich und auch auf der ersten platz heißt dann bis zum nächsten ding im level 3 sehen uns gleich wieder genau 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 der strich sind bombe drin im strich warum auch immer eigentlich genau genau und jetzt ist eigentlich nur ich kenne auch die Brei weiss ich kenne auch du der Schlimmste bist der nächste ist der Schlimmste da vorne so geht es mir alle nicht auf die Eier da links geht es schon mal gerade mit der Bombe also muss ich von oben machen helft nichts weil er jetzt gleich aufgegeben hat und dann nach links hat er mit der anderen Division jetzt komm da der move move duing das war's Uhr nein heute nein heute mal nein einfach dein Maul halten das ist kurz in die Zeit über die ganze Tricks gegen die Scheiß Kamera oder du Tricks Kamera hoch drei ach oide versast mit ganzen Tricks nacht hau doch ab hau doch ab boah das macht mich schwer gleich komm mal da rein ja ich bin ruhig mir schon den Scheiß zurück komm her weil er das Scheiße zumal machen muss denn auf einmal ist auch noch mal umbringen denn hinten auch noch mal boah ist das nervig die Missione mit Glitch auf ersten Platz genau was ist das Problem nur mit dem Glitch ich mach hin durchsuchen der nächste hopp jetzt aber wieder mal ist soweit das ist schnell ok ich kann auch links scheiß Kamera du bleib hier hause schon 0 kurz die schlimmste Mission von der Bomben nee also das ist echt die schlimmste von der ganzen Bomben mission wir sehen uns bei den nächsten Bomben, hoffentlich sind wir ein bisschen chilliger bis gleich die ist doch echt nicht gerade sauber oder? jetzt wird einer mischt schon als normale Bomben und böse Bomben. Junge, 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 die sind nicht gerade dicht, die sind echt nicht grundsicht je kurz überruft sich einigermaßen merke da ist die erste böse dann bist du dann hier dreimal raus dann oben wo ist die? hier ist der Buss wo ist der Buss? Ach so, doch. Hä? Natürlich, wo ist die Säule? Oh, es geht schwer los, ey. Und das Ende dauert er noch länger. Noch länger. Ja. Rieder. Das ist die Säule. Aber warum? Geht das hier nicht an? Ich hasse solche Bomben-Saufe. Wird es nicht bestimmt auch noch. Na klar. Jeder, der aufs erste Mal hin kann, kann die Cheat nicht. Nein, ich kann die Cheat nicht. Hölder. Ja. Ich sette die Säule nicht. Wo ist es? Ich habe die Säule nicht la Möglichkeit, Die Säule nicht so richtig und colour. Ich bin, ich bin, ich bin. Die Schäule nicht aufzART. Ich bin so gut. Und dann gibt es dann die Dastein. Ich bin so richtig, aber dass ich Gedanken habe. Ja, wo ist er denn? Den muss du, ich muss er. Die ist auch so gestanden, hat da drauf losgespielt. Ja, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, wo ist er, wo ist er? Ja, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ja, wo ist er, wo ist er? Ach, ich muss er. Wann hält es hier? Ah, da hinten, ja kurz hin alle, ja woher soll ich das wissen? Ich spiel 4 Minuten auf eurer Scheißstelle, 4 Minuten, hau ab! Ich hab Bock auf Stress, hau weh, ich glaube ich, ein wenig, hau weh, ich jetzt gleich feiert mal. Ich glaube, die Bomben scheinen noch bei Part 55 dazu. Ich glaube, das ist ein wenig besser. Die Säule, na, da wir jetzt zurück. Dann hoch, noch eine normale Bombe, dann wieder die böse Bomben. Dass sie die Story nicht immer sind. Bestimmt wollen sie dabei wohl nicht schafft und was weiß ich. Nein. Keiner. Einmal umdrehen bitte, damit sie aufschlitten können. Dankeschön, sehr freundlich. Ich werde mir merken. Merke ich mir. Solche Bomben, Mogi. Die Mogi. Die sind echt super Bomben. Aber die anderen Bomben, ne. 7 Minuten für die Stelle. 7 Minuten. Der letzte ist da oben. Und bei der finale von den ganzen bösen Bomben sehen wir uns auf jeden Fall gleich. Ja. Bis gleich. Der letzte könnte jetzt richtig übel werden. Halleluja. Der letzte, der hat noch mal ordentlich. Der erste ist gleich unter der Kamera. Also. Das war klar, das wird jetzt nicht auslösen. Wollte ich nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Die erste muss durch, dann die linke. Nein. Das war klar. Und der zweite Kamara ist nicht die erste Bombe. Kein Bock auf Erdarm jetzt. Nee, nee. Hatte schon zweimal. Da ist doch ja... Einmal leicht. Ne? Zweimal. Die erste ist dieser. Und... Na! Ha! 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 Da ist auf jeden Fall die erste Chasebombe, ah man, haut sich ab, das nervt Schwierl, tschüss, der nächste Klaue, tschüss. Da ist hinten, ne, sieh, was tschüss, was gibt's hier? Ne, darf ich jetzt nicht, ha, sehr schön, ihr wisst, was ist? Nachmachen, genau, der wieder ein bisschen eklig, der ist da unten an der Seite. Genau, du hast nichts gesehen, nichts gehört oder sonstiges. Sein braver Junge, ne? Immer schie braver Junge bleiben. Boah. Ne. Weil, das war die Popp ist in der Schachtel, also hier. Na, da hab ich noch Zeit, und weiter geht's. Tideee. Und zwar ist jetzt, warte, ganz böse unten. Nein, da unten ist auf Wien gewesen, immer noch. Da muss man jetzt hin. Genau. Unter der Brücke, ganz böse. Ganz böse unter der Brücke, genau hier. Hier, weiß ich, ich komm Bock auf Stress oder sonstiges. Für Flucht. Nein, nicht schon wieder, oder. Muss der Scheiß jetzt immer sein. Echt jetzt. Wo ist die Orme los, bei Ohren Durchlauf? Für die Bomben? Wahrscheinlich nie. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Mich kaum dazu fallen. Lassen wir einfach mal rein. Geh auf ich lasst mal reincrew. Hau einfach ab. omo applying gegründet zuviel. Hau ab jetzt. Lassen wir wirklich rein. Schleift jetzt. und das wird nur neu starten bitte neue start dankeschön jetzt kommt auf die der nächste ist er vor allem drunter unter der treppe da hinten ist er, sieht man schon zu weit, nicht zu nah ich bin einfach zu viel zu sehr auf dem Sessel sitzen mit mir ein bisschen freinzocken oder einem schauen, mal zu pein aber nein, ich stelle es wieder rum was möchtest du von uns? sprühe ein und fertig jetzt, ihr schnauze voll ganz ehrlich, ihr, wie steht es bis zum rauf das war jetzt mit der ganzen Bomben kurz darauf haben wir jetzt und da jetzt so hat auch noch was zu beschrieben so mit dem raufhanger, eigentlich nie hier ich mach das ist das extra gleich und ab und schmitte los, dass ich muss gleich jetzt sofort war nicht zacken, nachdem es jetzt abläuft dann hier bei diesem mod dann gleich bis dann so sonst über eliminieren wieder dann siehs mal durchschimmelt tue ich weil scheinbar ist heute nix schalten sie alle Feinde aus wieder mal mit dem Küchenmesser 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 Messer, Messer, Messer ich muss nie nachladen nie nein nie so oben ist Sonne natürlich unten es war ja klar immer wieder unten immer wieder oh man man lernt aber nie und das nächste gleich aber ganz flott weil auf einmal was anderes war ist ja nur VR-Mission richtig Animes und mit meinen Nippfensocken nicht schlafen nenne auch wenn ich eigentlich mal schlafen müsste ab ihr verliert zeit mehr ich laufe jetzt einfach und stich ab fertig und jetzt nächste genau ob sie schneller um sie besser richtig sehr gut passt nächste level 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 5 6 5 7 6 8 5 5 5 5 5 6 6 7 8 9 10 10 10 10 10 11 9 10 10 10 11 11 11 10 12 14 15 Schutflinten immer böse Ja Nur mal Schutflinten Ne Warum ist hier immer zwei Hütte scheiß Mauer stehen? Hütte Mauer, Rechts Mauer, O Mauer, O Mauer Immer Verstehe ich nicht Muss man auch nicht verstehen Glaube ich Ruhe jetzt Der Nächste Ab Du keine Schutflinte Danke Ich mach jetzt eine Schutflinte Genau Und jetzt mit einer heißen Stimme Heißene Stimme Jawohl Schaffte ab oder YouTube aufzunehmen mit heißen Stimme Ja ich bin ja nicht ganz dicht Also Da wohnt mich doch gar nichts mehr noch Oh Oh Impressiert's Abflug Sehr schön Und tschüss Der Nächste Der Nächste Schöschläge 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 Gibt's jetzt eine Ausspeße Schöschläge Schöschläge Mh Guten Appetit Schöschläge Schöschläge Ruhig Ruhig bleiben Ruhig bleiben Das stimmt hier sowieso Meine Damen und Herren Meine Damen und Herren Wer schrucht Eine Schrotflinte Zwischen die Weichteile zielt Da ist sowieso vorbei Niemals Schrotflinten Zwischen die Eiern Ganz wichtig Sehr sehr wichtig Niemals Schrotflinte Zwischen die Eier Ja Ich könnte Schrotflinten Mal wieder Ja 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 Der Scheiß Schrotflinten Typ Der ist zu overpowered Euer Jetzt geht die Eier Da geht die Kopf Jawohl Nein Nächster Der hat auch noch ein Schrotflinte Ja Ja Gut die Nolle Das ist so scheiß unfair Ihr Schrotflinten Nicht Ich bitt mich sehr Dich immer mit Stoffflinten Aufziehst Und Eier Ok Genau Hm Kleine Nummer Fail Genau Sehr schön Nein 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 Der hat mich auch noch ein Schrotflinte in der Hand Und Und da war nur ein Schrotflint der Es gibt es ja nicht Nee Nicht zu finden Nicht zu Flippen Nio Flippen Nio Oh Oh Schnauze Äh Nächster Biss Der hat mich auch noch ein Schrotflinte in der Hand Der hat mich auch noch ein Schrotflinte in der Hand Der legt die und auch noch nicht in die Hand. Der hätte auch ganz hinten dürfen. Genau. Nein, 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 nein. Umdrehen, sehr schön. Du bist ein böse Mann. Lassen wir mal in Ruhe, lassen wir ins Ziel gehen. Dann bist du ein braver Mann. Halleluja. Ich mache, weil es so schwer ist eigentlich nur die Quelle. Jeder, wo es so schwer wird, sieht was Dinge. Schwier, Schutflittenfuzzi. Mann, 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 Mann. Und für den Witzchen nicht mehr. Hm? There's somebody there. mit einem einzigen schuss war es das für immer und das ist ja das was zu unfair macht das ist genau das was zu unfair macht ja zu mir Der nächste Ziel. So kommen wir es auch mal, dass wir mehr geschützt von den Strootflitten, Männer, da wirklich mehr geschützt, hätte man nicht gedacht, aber klar, so das bleiben, fast. Wer ist da? Besser als nix, Alter. Wirklich. Nein, 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 nein. Abflug. Schubflitte, Blude geben. Haben nix zu melden. Wirklich, gar nix. Dankeschön. Gefällt mir. Oh, yeah. Ich darf ja Speine vergessen. Bei der letzten Part habe ich schon vergessen. Holy moly, wenn das jetzt nicht aufhängt, dann weiß das. Blut. 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 W886. sehr schön immer schön drauf und die haben auch schöne Schubflitten der Hund oder? ja da ist Schubflitte der Hund ne nix mit Schubflitten alles außer Schubflitten genau ja fast alles fast alles die unsichtbaren Seine zu dem Worte genau Level was? Level? Level? Acht? Na neun sehr schön schon fast gedacht viel zu viel auf einmal 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 die 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 das ist doch schummeln da war sowas von da, ich bewege mich nicht mal ich mach nichts ja toll ich mach nichts nichts und ist irgendwie schon von da hinten ich hab wieder trompetballer da hier geht man doch von oben ja oder wo kommt er links, rechts, links, rechts rechts oh man jeden einzelnen dippen ja genau oh ja 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 Der ist sowas schon oben, oder? Genau, der letzte. Der letzte. Gute Dame, Leute. Ich sag's immer wieder, wie es Spaß macht, der das auch nicht macht. Normalerweise habe ich gespannt, dass ich das nicht mehr macht. Aber für euch mach ich es auf jeden Fall. Für euch mach ich es auf jeden Fall. weil ich auch nicht so viel lieb habe diese Mäuste für euch ja so wir haben Bauern ein unsichtbarer oh nein die ganze unsichtbarer hab ich jetzt gar nicht gesehen gehabt unsichtbarer er gibt noch mal eine Bittenschruffilter natürlich ab ab nur 90 butter 90 butter pinner natürlich ja da hinten ja ist ein Uzi-Botter hier ist extrem caution war ja klar war ja klar mit ne Schrutflitten nicht gar nicht ab ganz schnell ein mal ohne Schufflitte sehr schön so die waffe ist der kotor so das ist auch schon mal geschlossen das gefällt mir das gefällt mir wirklich ist wirklich nur ein das gibt mission damals natürlich ja war dann ist ihr schwach jetzt sind wir jetzt wie gewonnen dann ewig das natürlich denn noch das reden ja genau die nack die nack wo man ja nein nein ah 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 nein oh ah ah das für diezeit hinauslösen das muss jetzt un Ohne, äussi durchziehen Oh naaa Häh? Was ist denn? Dies ist schon so komisch Mission, sag ich mal Ah, sehr komisch Scheiße Pff, sind wir echt schnell Sind wirklich schnell Oha Ist er richtig hot Dankeschön Harte Scheiße Ja, Mann, das ist kein weißer Ding Aber ne, das ist ja komplett andersrum Komplett Ja Da Äh, dääh, dääh Obbricht, aufbricht das so schnell, ne So ist das große Finale, deswegen willst du mir den Vergründnis nicht, aber hallo. Das ist ja so schön. Tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö. Tö-tö-tö-tö-tö-tö-tö. Ja, moin. Nee, keine worse. Tö-tö. Ich will doch nur Feierabend, bekomm mir aber keinen Du gibst nicht zu einer, nein, gut Nein, 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 nachter Raiden, liebe Damen, hier habt ihr was zu sehen, nachter Raiden, und das war's, glaube ich, ne, jawoll, Freunde, mit Raiden, komplett abgeschlossen, in der nächsten Folge geht es weiter mit Snake, und damit jetzt auch richtig, richtig richtig schwer, ab da werde ich mich noch mehr aufregen, als ich jemals zuvor, glaubt mir, ab da sagt's dann richtig, ab da, oh ja, mein Bruder war live dabei, hat selber sehr oft versucht, wenn es nicht, wenn das jetzt ohne Probleme, was ich genauso viel hat, wie bei Raiden, dann sage ich Respekt, aber glaubt's mir, das wird kein wirklich keinen Zucker schlicken Extreme erledigt, Nina Raiden erledigt, und jetzt kommt's nicht Was ich da auch schon durchgemacht habe, und jetzt wieder, das letzte Mal, halt nicht ganz, auf der besten Filmversion, kommt's ja auch nochmal Oh man, ja, hm Danke fürs dabei sein, lasst gerne liken, ab da, umsonsten, bis bald, jetzt suche ich mich erstmal aus, habt Spaß, indem ich mich oft aufrege, habe die jener miteinander